Jo, hi, willkommen, mein Name ist Anirolp und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Kingdom Hearts Final Mix, die HD 1.5 Remix Version. Das war, glaube ich, falsch. Egal, ich muss mich dran gewöhnen. In der letzten Folge wurde unsere Insel praktisch zerstört von irgendetwas, von so einem riesigen, großen, schwarzen Ball, der vom Himmel kam. Und ja, wir sind jetzt in der Stadt Traverse gelandet. Übrigens, wir haben ein Schlüsselschwert. Und ja, wir haben diesen Opa hier gefragt, der Zitt heißt. Und ja, der scheint nicht so, weiß ich nicht, ist bereit zu sein. Nur deine Freunde, ich bin jetzt, kümmere ich mich um dich. Wat? Okay, so viel dazu. Ich würde einkaufen, in Ordnung, Broteskette, Obsedienringen. Ich habe leider kein Geld. Okay, wir haben dieses Gebiet hier vollkommen erkundet mit den ganzen Leuten, wenn ich jetzt nicht reden, das ist jetzt nicht so mega wichtig, was die sagen. Tut mir leid. Reden wir zum Beispiel mal mit dir. Das Tor drüben führt nach Traverse Nord, dahinter liegt Traverse Ost. Ja, geh mal weg, da versperst du irgendwie den ganzen Verkehr da. Was haben wir denn hier alles? Oh mein Gott. Außer Musik wieder. Was sind die Kreaturen von der Insel? Oh, ich krieg Geld von euch. Herr damit. Ah. Ah. Gebt mir also euer Muni. Taler, meine ich. Stimmt, in Englisch heißt nie Muni. Wieso weißt du denn in Englisch? Ich habe mir wohl zu viel Red Space auch schon angeguckt. Und ich gehe ja schon beinahe drauf von diesen Viechern. Ich wäre doch gar nicht, wie weit ich jetzt vom Level ab entfernt bin, sonst würde ich gar nicht gegen kämpfen. Oh, Luzid, später. Uhu. Aber gib mir mal Geld. Jetzt muss ich noch böse werden. 28 Jahre, da können wir ruhig ein paar Wellen erledigen. So, darum habe ich was schönes gesehen. Hä? Boots and Shoes. Boots and Shoes. Eine Postkarte. Bam. Boots and Shoes. Gehen wir mal da lang. Wie kommt man da so ran? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ah, ah, okay. Da bringt mir jetzt leider nichts, weil da sind Gegner. In dem Kampf kann man keine Trollen öffnen. Ihr Pisser. Ich könnte jetzt wagen, mich davon abzuhalten und abzustauben. Also, nur ein bisschen abzuhalten und hoffentlich Angriffskraft dazu bekomme. Dann erledige ich euch mit einer Kombo. Na gut, ich habe wieder voller AP. Bim, bim. Mega Potion erhalten. Stimmt, Jungs, manuell. So, da ist meine Tür. Gehen wir da rein. Quatsch, in die Ehe. Hier auch nicht. Das kann doch eine Weile dauern. Die 99 Welten wurden über viele Welten verstreut, als ihre Welt zerstört wurde. Finde und rette sie. Ja, ausgerechnet ich. Und sind ja bonisch zerstört. Schauen wir uns mal hier rum. Ihr seid noch sehr leer. Erinnert sich irgendwann. Genau so möchte ich auch haben. Voll geil. Brauche ich irgendwie Bock, die Sims zu spielen. Nämlich solche Architektur. Ey. Ach, Mann. Na, muss ich sehr viel auf Angriff gehen, was meine Ausrüstung angeht. Habe ich so gefühlt. Aber ich brauche sowieso ein bisschen Geld, also. Da hat er für mich schon immer ausgesehen, wie ich das Bonn schmopp. Könnt ihr sagen, was da wohl jetzt? Wie? Ja, gut. Da war ein Kritscher Treffer, habe ich so ein Gefühl. Manchmal ging die nämlich kaputt, und manchmal nicht. Ey, warte, warte, warte. So schnell kann ich eigentlich nicht draufgehen. Ich habe mir den Schild genommen. Kannst du es wagen? Wir sind traurig, dass ich nur ein Erfahrungspunkt geben. Noch verschlossen. Okay. Entschuldigung. Aber dafür haben wir hier was. Portion halten. Sehr gut. Direkt mal. Beutelung vergesse. Reinpacken. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel ja 100% durchspiele. Ich will so spielen, bis ich irgendwie, keine Ahnung, keinem Ende hier das erweiterte freischalte. Muss mal nachgucken, was ich dafür nochmal machen muss. Uh, Diamant. Ohne Portion, gut. Ach, Mann. Das ist noch ein bisschen doof. Und andere Spiele, die schon gewöhnt ist. Und mit dem Ecke. So einer bleibt möchte ich auf jeden Fall bekommen. So, ja, frisst das. Da wäre so geil gewesen. Give me your money. Ne, für 90 Tage, da kann ich mir ja schon bald was holen. So, dann sind wir ja fertig weiter. Ich habe mich noch recht, was hier mehr Einfluss hat auf das Level. Also, die Entscheidung, die man hier getroffen hat, in Sachen Schild, Schwert und Stab, oder? Oh, sehr gut. Ratzefatze. Habe ich überhaupt abheben, weiß ich nicht. Schlagegegner vor dir in schneller Abfall, versorgt gelegentlich kritischen Schaden. Ausrüstung, so. Wir sind eine Neuerung, so. Und wir haben ja Lebenspunkte erhalten, das ist auch sehr gut. Da kann man weiter mit der Story machen. Muss man da oben, kann man auch rein, ne? Ja, bist du euch. Naja, dieser Angriff, genau. Da ist dieser, wenn ich hier nach oben schlage. Er ist eigentlich nicht schlecht. Normalerweise mag ich solche Dinger nicht. So, ich weiß nicht. Mal mehr Angriffe, was man kann, wie die Angriffe irgendwie so verändern. So, wie normal wahrscheinlich hier zu sein. So, weiter. Ich stehe hier und bin wütend. Ja. Was für ein Zufall, wir tun uns die ganze Zeit nicht hier treffen, ne? Ich glaube, hier kann man noch nirgendwo rein, ne? Noch verschlossen. Alles belegt. Boah. Dimmerung im Herbst. Da. Geh mal ein paar weiter. Also zurück wieder. Dann kommen wir wieder zu ihrer Gasse, glaube ich. Oder auch nicht. Was? Okay. Stimmt. Da hinten haben wir noch was, wo wir reingehen können. Fakt ist er sich. Noch mal so traurig. Ich kann nichts mit einer kommen, wir ja finishen. Wo ist er? Leon. Aber es war ein Zufall, wir tun uns die ganze Zeit hier nicht begegnen. Ich muss mal kurz was, was noch mal hier kommt, wir kommen, glaube ich, immer mehr, ne? Das ist mal doppelt so viel. Was hat er später auch? Da kann man noch nirgends hoch, da ist ein bisschen doof. Geht weg. Aber hier ist irgendwas. Das muss man hier nochmal machen. Ich muss untersuchen, ne? Das geht, glaube ich, noch nicht. Lass mich mal gucken. Ich werde auf jeden Fall jeden optionalen Boss hier noch platt machen. Ich werde gut an dem Spiel, dass die optionalen Boss hier Pipifax im Gegensatz zu den Kinomath 2 und Path by Sleep sind. Deswegen, ja. Die werde ich machen, aber... Ich freue mich schon auf King Nummer 2. Das wird sehr, sehr lustig. Ein Gegner davon... Ich habe irgendwie gesagt, vor kurzem habe ich auch... Boah. Aber vor kurzem noch hier... King Nummer 2 und Birth by Sleep noch wieder intensiv gespielt. Deswegen wollte ich das Spiel auch wieder letztendlich nehmen. Und... Ähm... Ich habe natürlich dann auch jetzt vor kurzem zum ersten Mal einige optionalen Bosse erledigt. So, ich nehme das mal einfach als Gelegenheit für Geldfarm. Ich nehme das mal einfach als Gelegenheit für Geldfarm. Da komme ich gleich noch mehr. Vielleicht mache ich das ja vollkommen umsonst, ne? Verdammt, da kann man noch nichts machen. Mann! Ziemlich wackelig, da kann man jetzt nicht draufklettern. Okay. Jetzt noch nicht. Gucken wir uns weiter um. Na, geht weg. Ich muss nicht gegen jeden Schwarm mehr kämpfen, Mann. Außer hier sind irgendwo Schätze. Ach, Mann. Unbewohntes Haus. Da ist glaube ich noch nichts, ne? Nö. Nicht mal ne Truhe. Nö. Ich hoffe, Kingdom Hearts 3 kommt nicht raus, während ich noch irgendwie ein anderes Kingdom Hearts Let's Play gerade mache. Ich würde halt alles vor Kingdom Hearts 3 alles noch hier erledigt haben, damit ich auch Kingdom Hearts 3 irgendwann blinden jetzt playen kann. Und ja. Ich hoffe, das wird irgendwann möglich. Frage, jetzt kann ich hier was machen. Ich glaube, jetzt kann ich da noch nichts machen, ne? So, komm mal hier hin. Ich möchte nicht da in der Mitte laufen und noch mehr Gegner spiegern. Der Meer. Scheint verschlossen. Wenn ich da noch irgendeinen Schlüssel hätte. Meine Güte, das ist ein bisschen offensichtlich. Ich meine, der Schlüssel taucht mitten außen nichts auf. Wird dann bestimmt auch solche magischen Sachen können. 67. Stimmt, aber ein Lebenspunkt und den wir es bekommen. So, wir haben alles erkundet bis jetzt. Wir machen mal zurück. Da habe ich eine Postkarte und so bekommen, ne? Ich gehe wieder zurück in die Sicherheit. Von Traverse Mitte. Plot Twist. Ich habe so das Gefühl, ich werde die Postkarte nicht hier reinpacken können, ne? Mega-Portion, da brauche ich da jetzt noch nicht, Mann. Soll ich mir was zur Ausrüstung holen? Nein. Er hat noch nichts gefunden. Kopf hoch, sehe ich noch einmal in der Stadt um. Ja, hier ist der Dingens. Ich habe nicht genug Geld. Wie sind die Diamanten wert? 100. Okay, da könnte ich mir einen holen. Ich verkaufe. Ich koche mal eine Hütte und einen Diamanten. Weil ein Diamanten will ich als Trophäe walten. So, ach, das kostet. Ich nehme mich so ein Geld. Hallo. Ich muss jetzt erst mal an meinen Lieben denken. So, jetzt haben wir zehn Abwehr und zehn Angriff. Sehr schön. Jetzt wäre ich gegen alles gewappnet, was kommen könnte. Sie kommen an dich aus keinem. So war das eigentlich nicht gemeint. Und sie werden immer an dich kommen an dich. So lange, als du die Kiebelin weiterholtest. Aber warum? Warum würde es ein Kind wie du wählen? Hey, was soll das sein? Keine Ahnung. Jetzt, wir sehen uns die Kiebelin. Was? Und diskutieren mit dem Typen mit dem Schwert. Ich kann auch stylisch laufen. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss jetzt mal einen Feuerball ein. Verdammt, hier sind keine Dingens mehr. Kisten. Ich wollte eigentlich auf den werfen. Oh Mann. Schön für die Tech-Punkte. Danke. Ich wusste es. Ich hätte auf dieser Luft machen sollen. Weil er so viel abzieht. Mann. Hey, du hast ihn gefunden. Schön, Leon. Still. Es sieht aus, dass Dinge besser sind, als du gedacht hast. Ein viel besser. Das hätte besser ausgehen können. Aber egal. Theoretisch muss man ja gegen ihn verlieren eigentlich. Story-technisch. Macht das mehr Sinn. Oh, und jetzt sehen wir Inhalt von Final Mix. Das erkennt man daran. Eine Sekunde. Wo bin ich? Zora? Kairi? Ja, wollte es auch unbedingt in einer anderen Welt. Bitte. Ich meine, ihr habt auf dem Paradies auf Erden gelebt, aber warum ihr auf einmal in einer anderen Welt wollt? Ja, bitte. Ja, sobald es da kein Audio ist, dann ist da eine Final Mix Szene, die in Final Mix hinzugefügt worden ist. Entschuldigung, hat der King dich hergebracht? Ja, ich bin. Komm, leidige Bum. Ich bin. Ich bin. Du bist okay? Ich bin. Das Kreaturen, die Sie verraten, sind nach der Keeblee. Aber es ist dein Herz, das sie wirklich wollen. Weil du die Kussbladet hast. Ich bin so glücklich, dass du okay bist, Kyrie. Kyrie? Wer bist du denn? Ich bin der große Ninja Yuki. Ich denke, du hast es übergebracht, Squall. Was Squall, wer ist das? Das ist Leon. Warum auch immer. Ja. Ja, wir mussten es entfernen von dir, um diese Kreaturen zu entfernen. Es ist so, dass sie dich anzurechen. Es war die einzige Art, um zu entfernen dein Herz von ihnen zu entfernen. Aber es wird nicht lange funktionieren. Es ist noch nicht schwer, dass du, von allen Menschen, der gewonnen ist. Also, ich denke, die Beggen kann nicht sein. Warum solltest du nicht mit dem Sinn machen? Was passiert hier? Okay, you know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts you. And there's darkness. I mean, Leon. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed recording. Gwarge? Oh, can we see it? His paintings are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the King went to find them. Yes. Those were my thoughts, exactly. We've got to find them, quick! Run! 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 That's right. The Keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you. No matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master and it chose you. So tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute. What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what. I really don't know. also hat ich habe keine ahnung mann der typ auch nicht fertig war ja mal eine truhe abgeschlossen wie abgeschaut darf ich dich immer noch hier an das dinge erinnern hat und mit der umschleppst tschuldigung so viel habe gehört dass das schlüsselschwert kann das schlüsselschwert kann alle schlüsse öffnen bis aus wenn du wieder einen schatz oder eine tür für das jahr jetzt kommen wahrscheinlich erst mal alles was tut weh früher oder später wäre nicht die herzlosen finden sollte sich darauf vorbereiten ich vorbereiten um dein leben zu kämpfen bist du bereit ich bin bereit wir sollten zu übergehen sie sollte inzwischen mit den anderen besuchern da sein und sieht überhaupt in alles eingeweiht klassisch kann man sich nicht um die kleinen fische finde den anführer gehen wir ich gehe da lang ist nämlich hier allein ja jetzt treffen wir schon eine neue art von herzlosen die wenn ich habe mich fertig machen das glaube ich ein zeichen ist das hatte ich ein bisschen mehr hier kämpfen sollte noch mal nur die neuen farben wir gewöhnen wir sind ja voll redesigned und recolored in der final mix version früher in dem nämlich lila glaube ich so 47 das könnte ein bisschen dauern ich glaube der profi muss ist doch ein bisschen schwieriger als der damals in klingeln also kriegen damals nicht feine wächst ein bisschen ja herzlose schlachten jetzt wissen wir ja wie sie heißen ich weiß erst jetzt dass die so heißen ja ein 14 ich muss noch 10 11 12 13 14 gegner erledigen von denen können wir ja mal machen noch noch verschlossen ich hätte gern anders gab da so damit ihr ein bisschen schneller kaputt geht ich weiß ich habe auf den schild gesetzt aber trotzdem dass ich aber immer noch von leon besiegt worden wenn da euch extra ein protest reif eine protest kette gekauft man das sind 100 ne 300 gilt ich nie wieder sehe gilt tala ein sie den ich im final fancy wo ich auch ein paar tischpunkte geben wenn ihr wollt von der lab wird auch schon reichen wenn man eine neue gegner hat muss ich auch nutzen glaube ich noch 67 oder so ja toll ist schon sagen die kirche war noch nicht mit ein kombo kaputt man man hatte ich auf parkbank entspannen da ihr seid die die mir schön was bringen das wäre ein tischpunkt glaube ich gewesen wenn ich den getroffen hätte während diesen kreis noch mal an ich weiß es ist ein riesiger fehler ja gerade aber weiß nicht was ich sonst hier in der folge noch machen soll gut das was jetzt noch kommt hätte der part glaube ich nicht mehr gereicht nachdem ich ja von leon auf schnauze gekriegt habe ich mir jetzt ein bisschen unsicher ob was jetzt gleich kommt so einfach erledigen könnte also entschuldigt meine vorsicht angriffskraft sehr schön ich habe jetzt mit ein kombo weg klein die kriege jetzt mit ein schlag weg gut dann gehen wir mal in die sicherheit von traverse mitte hoffentlich diesmal wirklich bei leon traverse mitte ist sicher wenn es brenzig wird kommen ja zurück so ach stimmt hier im spiel ist ja kein sprechpunkt da ich heute mit einem anderen spiel verwechselt habe ich eine postkarte gefunden ich glaube nicht ne warte wir haben jetzt gelernt wir können sachen mit dem schlüssel schwert öffnen deswegen einfach aufgemacht oder auch bin ich nicht selber gekommen ganz ehrlich oh mein gott einer mega etale solche geilen sachen brauche ich noch gar nicht du bist also der meister des schlüssels schwert bitte sag vorsichtig mega pushen ich muss auch noch mit mir reden traverse mitte sauber aber wie es den traverse aussieht weiß ich nicht er wird vor 30 minuten gleich kein problem dann willst du noch irgendwas sagen sie hat im moment noch nicht viel zu erzählen super dann wäre nicht im part hier und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play kingdom hearts final mix ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge